Wir stehen hier im Projet des neuen Rathauses in Gilching. Das Gebäude steht kurz vor seiner Fertigstellung. Wir rechnen damit, dass wir Ende Februar, Anfang März das Gebäude fertiggestellt übertragen bekommen. Die Außenanlagen brauchen dann noch bis Ende April. Und so Anfang Mai müsste dann alles hier komplett fertiggestellt sein. Und nachdem das Gebäude dann möbliert wird, kann es auch durch die Mitarbeiter bezogen werden. Mit dem neuen Rathaus sind wir auch in der Mitte Gilchings angekommen. Hier aus dem Rathausverkehr haben wir einen wunderschönen Blick über den neu entstehenden Rathausplatz durch die Fußgängerzone in Richtung Marktplatz. Das städtebauliche Konzept ist jetzt vollendet durch die Fertigstellung dieses Rathauses. Und der Bürger findet uns jetzt im Herzen Gilchings. Wir sind jetzt hier im Verwaltungsbereich des Rathauses. Hier werden ungefähr 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirchen hier in Dienst tun. Hier können den Bürger alle Dienstleistungen abverlangen. Und das sind die Bereiche, wo die Mitarbeiter hier arbeiten. Und das sind die Bereiche, wo die Mitarbeiterinnen und Bürger der Gemeinde Kirchen hier in Dienst tun. Bis zum nächsten Mal.